Um was geht es beim Gratistraining respektiv beim kostenlosen Seminar? Es geht darum, wie man in der heutigen Zeit einfacher und mehr verkaufen kann. Und der Feind des Guten ist das Bessere und vielleicht sind sie ja jetzt schon gut, jedoch wenn sie noch besser werden können, ist es ja schön für alle Beteiligten. Welche Themen werden durchgenommen an diesem kostenlosen Seminar? Es beginnt bei der Einstellung und bei der Vorbereitung, wie man automatisch wesentlich mehr erreicht. Dann beginnt sie in der Gesprächsführung und wenn die richtig gemacht wird, dann wird der brennende Wunsch geweckt, dass der Kunde kaufen möchte. Und vor allem kommen viel weniger Einwände und der Abschluss, der wird schlussendlich selbstverständlich. Zusatzverkäufe, weitere Empfehlungen und jetzt kommt das Allerbeste. Eine Methodik, wie man nicht nur einfach und schnell Termine kriegt, sondern die Adresse respektiv der Termin richtig vorselektiert ist, so dass man Termine hat, die mehrheitlich zum Abschluss führen.